Hallo liebe Fußballfreunde, hallo YouTube, hallo Welt. Die Weltmeisterschaft geht weiter und auch hier bei uns auf diesem Kanal wird es weitergehen, nur ist der Niki Natho leider bis Donnerstag im Urlaub. Also wird es erst ab da an wieder das nächste Spiel geben. Und da haben wir sowieso noch ein bisschen Zeit, weil wir haben uns ja nur vorgenommen, die Spiele der Schweiz und von Deutschland zu spielen und die Schweiz spielt am Freitag gegen Frankreich und das passt dann. Und Deutschland ja dann erst am 21. also am Samstag. Die Urversion von FIFA 14, die hat ja diverse Mannschaften nicht, wie Honduras oder Ghana. Und jetzt habe ich mir einen Patch besorgt und jetzt passen auch die Trikots und so weiter. Und jetzt habe ich auch diese Mannschaften mit dabei, mit drin. Und wer Interesse an diesem Patch hat, ich schreibe mal unten in die Beschreibung, rein woher ich das habe. Also Freunde, bis dahin, geduldet euch und FIFA la Brasilia, FIFA la WM. Ciao.